Musik Einem Kind geht es schlecht, wenn sie kein Zuhause haben oder Eltern oder Erwachsene, die sich um sie kümmern. Ich glaube, wenn die Eltern kein Geld haben und dass sie dann nichts zum Essen haben. Ich glaube, dass es, wenn es einem Kind schlecht geht, dass es gemobbt wird oder dass es ausgeschlossen wird. Wenn es einem Kind schlecht geht, ist es, wenn in dem Land, wo es wohnt, viel Krieg geführt wird und es keinen gescheiten Wohnort hat und nichts Gescheites zu essen hat. Ein Kind braucht Liebe, Freundschaft, vor allem Freunde zum Spielen. Einem Kind geht es gut, wenn es ein Zuhause hat. Wenn man nicht vergessen wird und auch einen Platz hat in der Gemeinschaft. Dass es gesund ist und dass es ein richtiges Leben hat. Also einem Kind geht es gut, wenn er halt Nahrung, ein Zuhause hat, Eltern, die ihn lieben und viele Freunde. Das ist ein Zuhause.